die machen witz oder mein restaurant ist doch hier die nächste u-bahnstation ist sowohl von dem ding aus gesehen ist doch ein bisschen weiter ich sehe keine sd hier sind die nächste habe ich ehrlich keine u-bahnstation in der nähe die dann okay ja gut dann haben sie ein bisschen weiter weg oder sie gehen direkt natürlich das kann auch sein das kann auch sein warum wird mein lager eigentlich nicht angezeigt so was geht mir auf den keks oder kleinigkeit jungs sie kommen in einer filiale die kommen denke ich nicht geht das ab 21 uhr hier der laden los das ist ja scheibe ja warte da kommt einer der fängt mit der arbeiters an ja dann bestellung aufzunehmen bringt aber nix ja da kommt er okay der laden habe eh gelitten ich könnte auch noch mal einen wettbewerb machen würde mich natürlich auch wieder freuen allein wegen dem preisgeld weil das geld brauche ich geld 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 regiert die welt habt ihr übrigens mal das humble bundle gesehen von nintendo humble bundle ist ja so eine schöne seite wo es ganz billig man kann selbst entscheiden was man zahlt die spiele holt und vor kurzem gab es eine aktion mit nintendo und da gab es einige gute gute was ist es idiot ich habe vergessen die natürlich wieder rein zu schicken natürlich greift sie an wenn der laden schutzlos ist jetzt muss ich 10.000 zahlen nur damit das kann ich alles reparieren lassen gell ja ich hoffe ich kann alles reparieren einfach okay da komm jetzt schnell man das wäre ein dummer fehler von mir laden unbewacht zu lassen ist immer dumm schlimm aber ist natürlich wenn die drei schläger gekommen wären auch wenn natürlich die polizei mir etwas geholfen hätte dies ja neben dran so könnt ihr jetzt mal bitte kochen danke ja da kommen die zwei wachen und wo ist der kammerjäger die brauchen alle ein halbes jahrhundert bis dahin der geht nicht in meine filiale rein oder wann pang ich hoffe der ist nur vorbeigegangen zufällig ja sieht so aus ja da kommt er endlich habe ich schon mal gesagt gell der billige bringt so gut wie nichts deswegen immer den teuren kaufen sonst wartet man zehn jahrhunderte und es passiert nichts gut ich habe absolut auch nichts verdient im moment kann ich die preise höher machen ohne dass ich das kurs beschwören ja nochmal ein bisschen hoch bis der boom hier alles auffrisst die pc's erneuern das immer sofort ich warte da bis der erstmal weg ist ja ja gleich habe ich es zum glück kein gesundheitsamt oder so kommt ah das macht der manager stimmt ich habe ja einen angestellt der das macht ich bin ich nicht schlau so ähm ok stelle ich mal noch paar neue hier ein hallo und mhm hallo die zwei werden noch ex rausgebildet dann läuft der laden noch etwas besser das ist bei den anderen läden aus ist alles ok ist alles ok hoffentlich kommen die zutaten bald in genüge also ich habe doch viele verluste gemacht aber steigt wieder das freut mich das restaurant muss unbedingt verbessert werden das macht ja achso der tag hat gerade angefangen ok das macht gar nicht so viel finde ich ich habe auch ich habe die immobilienpreise senken ja auch deutlich das war ja der hauptgrund warum ich ihn bestochen habe dadurch habe ich es natürlich auch sehr billig mit den Gebäuden das hier zum beispiel wie viel kostet es 46.000 das tut doch gut zu hören und das da mein lager später ja auch 46.000 das freut mich sollte ich noch eine dritte wache hier einstellen ja dringend werden ja da ist er ja dringend habe ich noch einen dritten hier gebraucht die machen einfach nichts ja seht ihr da kommt er schon perfekt dann sollte alles wirklich zuckig gehen ich denke ich sollte auch bei dem laden vielleicht eine wache mehr einstellen wie heißt er laden camino ich hätte auch hier einen eigentlich abziehen können aber gut jetzt ist zu spät ja was ich lesen wollte genau habe ich schon wieder vergessen und was ich nicht zu ende erzählt habe ist das mit dem humble bundle gell und zwar nochmal und zwar nochmal aber es gibt auch noch interessante spiele wie zum beispiel erforderte space adventure was wir ja schon jetzt played haben sword & soldiers 2 haben wir auch schon jetzt played und was mich auch noch interessiert hat zum beispiel war darksiders ich denke sogar 2 war da darksiders 2 kennen das spiel eigentlich gar nicht so richtig aber sah interessant aus als ich kurz angeguckt habe habe es mir allerdings nicht geholt weil obwohl es insgesamt auch für ein spiel billiger wäre weiß nicht ich habe es mir nicht geholt äh nein auch wenn die belohnung gut ist aber ich kann ich nehme den kaum was weg da 3 toll den nehme ich gar nichts weg das bin gar nicht ich ne ok dann war es gut nur den nehme ich lustigerweise was weg ich dachte mit dem habe ich gar nichts am Hut aber ok die dritte wache müsste da sein gell jetzt flicken wir es zu kamino und bei erforderte space adventure ist auch sehr interessant da sich wie es aussieht sehr viele geholt haben ist ja auch ein super spiel äh zorgt natürlich auch viele diesen kostenlosen dlc dazu die origin story oder auf deutsch ursprungsgeschichte da habe ich ein extra part gemacht und damals als ich ihn gedreht habe zumindest weiß ich dass das absolute nichts über den dlc zu finden war wie die level zu lösen waren also so absolut nicht in den foren vielleicht paar fragestellungen gefunden aber keine richtige antwort ich habe da stunden gebraucht um alle rätsel zu lösen und wie es aussieht hilft mein part vielen leuten sehr weil ich sehe immer viele aufrufe vor allem auf dem part paar kommentare freut mich dass ich helfen kann aha aha das kalt kommt langsam das ist gut ich gucke natürlich auch immer wieder ob ich angegriffen werde meine dritte wache ist da sehr gut alter ist der laden voll hätte ich gar nicht gedacht ich habe die preise runtergesetzt hier stimmt 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 wo kriege ich meine zutaten her oder wenn ich das mal so fragen darf frischdienst bin ich der einzige gut oh kolonialen markt geht trash farm ab freut mich für ihn du bist bei handelsmarkt die meisten bei spar und gut okay interessant interessant ich gebe zu langsam das geld rein ich muss noch einen laden eröffnen das geht so nicht ich brauche einfach mehr geld was muss ich tun ich muss es da 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 okay warte 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 holen wir uns auch noch zwei von denen her so und dann klauen wir denen bisschen kundschaft Das kriege ich locker hin, denke ich. Und ich muss ja keine Miete dafür bezahlen. Ich sehe nur Vorteile damit. Auf geht's. Achso, das muss ja noch gebaut werden. Wie heißt du? Noch keinen Namen hast du. Dann probiere ich eventuell nochmal den Wettbewerb aus. Der bringt mir ja nochmal großen Einfluss. Ja, da fühlt es sich sehr gut. Läuft bei mir. Auch wenn es gerade ein bisschen still ist. Es läuft. Der hat die aber voll gut ausgebildet. Die Wachen hatte so viel Angst, dass ihn jemand angreift. Ich tue ja nichts. Ich halte mich da bedeckt diesmal mit dem Angriff. Ich hoffe, wenn ich wieder gute Angriffsziele gerade sehe. Viel, viel andere. Ich vermisse die Ehe-Charakter-Wert. Politiker hat sich verbessert. Wo bist du? Politiker. Da, sehr gut. Was bringt Politiker? Okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber gut. Freut mich. So. Äh. Hier. Soll ich schon mal eins ausbauen? Ja, komm. Da, Angelo. Tagsüber sollte ich das offen haben, gell? Hey. Was brauchst du noch? Warum baust du bei ihm? Bau bei mir sowas Tolles. Sonst nix? Zwei Gebäude baust du? Bist ja super. Der Angelo, sportlich, da, da, da. Na, vielleicht noch nicht starten die Werbung, wenn ich nichts zu bieten habe. Ja, die Werbung leidet auch darunter ein bisschen. Kriege ich aber schon hin. Eine Baumaßnahme ist abgeschlossen. Gut. Äh. Bitte Einrichtung machen. Rustikalen Größen und Architekt beauftragen. Sehr schön. Da machen wir sofort einen neuen Ofen noch hin, bevor ich das wieder vergesse. Und ich sehe gerade, die stehen falsch. Umstellen. Wieder dieses Gekämpfer. Steht der jetzt richtig? Ne, der steht nicht richtig, gell? Jetzt steht er richtig. Okay, da, 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 da. Da machen wir wieder Italo meistens, ist gut. Da, da, da. Wir erstellen erstmal Leute ein. Ich möchte tagsüber den diesmal offen haben. Das bedeutet, ich werde von 3 bis 12 und 12 bis 21 machen, ja. So, der hat sich ja schon super motiviert, dann der Typ. So bin ich auch immer, wenn ich... Bewerbung schreibe und genommen werde. Einkäufer, was bringt Einkäufer? Sehr gut. Das bringt mir auch mal was. Aha, aha. Da habe ich zwei, da habe ich zwei. Machen wir hier weiter. Ich denke, die muss ich aber ordentlich verbessern. Damit sie jetzt auf dem Niveau sind, auf dem ich sie haben möchte. Und hier nochmal abgehen. Achso, der tut er. Nein, du bist schlecht. Na komm. Perfekt. Jetzt zeigen wir mal kurz her. Der war schlecht, gell? Ja, entlassen kurz mal. 2-2, 2-2. 2-2. So, das habe ich auch. Jetzt kann ich hier zwei Bachen hinschicken. Werbung kann ich jetzt endlich mal machen. Okay. Pizza-Oop macht mal ganz schöne Geschäfte. Ui, ist ja etwas besser. Perfekto. Na, sie sind schon da. Sehr gut. Gehen ja auch nur kurz durch den Untergrund und schauen, sind sie zack da. Die Werbung möchte ich mir holen. Wenn sie nichts dagegen haben. Ne, keinen. Ist ja ganz gut. So, wie groß ist meine Reichweite? Ja, es geht. Kann ruhig noch größer werden. Habe ich natürlich jetzt etwas Geld verloren. Ganz schnell. Probieren wir nochmal das vierte daran zu hängen, weil wir sehen, ob es klappt. Im Lagerbestand habe ich ja noch einiges hier. Okay.